Willkommen zu einem weiteren Tutorial mit mir, dem SKU. Ich möchte euch jetzt ganz kurz das Info-Fenster zeigen. Das SKU Add-On bietet uns eine Info-Möglichkeit, die recht wichtig ist. Ein Sehender sieht auf dem Bildschirm sehr viele Informationen und wir nicht. Wir möchten auch gerne wissen, wie unser Reparatur-Status ist oder wie viele Erfahrungspunkte wir noch brauchen bis zur nächsten Stufe. Deswegen haben wir eine Übersicht eingebaut, die es ermöglicht, all diese Informationen schnell zu erlangen. Dafür drückst du Shift-File runter. Ich möchte ganz kurz mein JAWS ausschalten. JAWS-Kontextmenü beenden. Menü verlassen. JAWS beenden Dialogfeld. Möchten Sie JAWS? Tut mir leid, aber das stört mich sonst immer dieses Markiert. Also, ich fange nochmal von vorne an. Das stört euch ja nicht. Ich drücke Shift-File runter. Gruppe. Und er sagt zu mir Gruppe. Hier wird meine Gruppe aufgelistet in der Reihenfolge, wie sie auch auf meinen Tasten liegen. Also auf der Taste 1 liege immer ich. Wo ich bin und auch meine Koordinaten. Und wenn ich in einer Gruppe wäre, wären darunter dann 2, 3, 4 und 5 meine Mitspieler, die dann auch über die Nummernblocktasten 2, 3, 4, 5 anvisierbar wären. Ich würde dann erfahren, wo sie sich befinden und was sie für eine Klasse spielen. Dann kann ich herausfinden, wer kriegt welchen Buff oder wer ist hier bei uns vielleicht der Tank und welche Taste muss ich drücken, wem möchte ich folgen. Ja, das ist schon recht wichtig. Ich gehe weiter mit Pfeil runter. Plündern als Gruppe. Da wird noch die Information herausgegeben, welche Plünderart wir in der Gruppe eingestellt haben. Plündern als Gruppe ist Standard. Ja, und da komme ich schon zur nächsten Überschrift Allgemeines. Bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich euch die Funktion zeigen, wie man zwischen den Überschriften wechseln kann. Man kann nämlich zusätzlich zur Shift-Taste die Steuerungstaste runterdrücken. Und dann mit den Pfeiltasten Fertigkeiten Ruf Gilde Ruf Fertigkeiten Allgemeines Gruppe die einzelnen Überschriften anspringen. Ich drücke also Shift Steuerung Pfeil runter Gruppe Allgemeines Lass Steuerung gehen und gehe dann in Allgemeines Reparatur-Status Elf Elf Gegenstände von mir sind okay. Wenn jetzt 3 kaputt wären oder gelb wären, dann würde er sagen 8 ok und 3 gelb oder ähnliches. Da kann ich erfahren, ob eben meine Ausrüstung in Ordnung ist. Geld 13 Gold 95 Silber Freie Taschenplätze 68 Zeit 11 Uhr und 43 Minuten Post Keine Ruhestein Bereit Sturmwind XP 3% 37 51 von 110 700 49 Ruhebonus 129 802 Fertigkeiten Und das waren die allgemeinen Informationen. In den Fertigkeiten finden wir all die Dinge, die wir gelernt haben. Die Waffenfertigkeiten, die Sprachfertigkeiten, die Berufe, die geskillt haben und so weiter. Ich geh da mal schnell durch. Disziplin 1-1 Heilig 1-1 1-1 Reiten Dolche Streitkolben 7 1 2-4-0 Stäbe 1-5-7-2-4-0 Unbewaffnet 1 Verteidigung 2-3-3-2-4-0 Zauberstäbe Stoff Sprache Gemeinsprache Stoff 1-1 Sprache Gemeinsprache Zwergisch 3-0 Ruf Dann sind wir schon bei Ruf Darnassus Wohlwollend 367 1-2-0-0-0 Die Rufinformationen für all die Fraktionen, die es gibt. Eisenschmied Sturmwind Beutebucht Ewige Warte Da überspringe ich mal mit Steuerung, Schriftfeuer runter. Da kommt dann noch die Gildeninformation, wer von der Gilde online ist. Skourosch Priester 48 Kai blind Skourosch Priester 48 Kai blind Und so, indem ich das gehen lasse, die Schrifttaste loslasse, schließe ich das Fenster auch wieder. Hier bekommen wir also als blinder Spieler über das GU Addon sehr schnell wichtige Informationen und das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe es hilft euch weiter. Viele Grüße und viel Spaß noch. Fragen gerne in die Kommentare. Das GU